Hallo, ich bin Julia von dekadentdekaf.com, der führenden Marke für koffeinfreien Kaffee in Großbritannien. Heute stellen wir uns die Frage. Warum ist entkoffeinierter Kaffee teurer als normaler Kaffee? In Kaffees gibt es oft einen Aufpreis für koffeinfreien Kaffee und die Leute beschweren sich oft in den sozialen Medien darüber. Warum kostet entkoffeinierter Kaffee mehr? Die einfache Antwort ist, dass die Zubereitung von entkoffeiniertem Kaffee mehr kostet. Tatsächlich wird entkoffeinierter Kaffee oft von den Kaffees subventioniert und Kaffees sollten noch mehr für entkoffeinierten Kaffee verlangen, da sie normalerweise einen Teil der Kosten übernehmen, also ist es nicht zu teuer. Um zu verstehen, warum müssen sie mehr über den Entkoffeinierungsprozess und die Reise ihres entkoffeinierten Kaffees bis zum Erreichen des Kaffees erfahren. Bei normalem Kaffee ist der Prozess einfacher und die Reise kürzer, da normaler Kaffee angebaut, verarbeitet und auf den Kontinent verschifft wird, wo er geröstet und konsumiert wird. Im Gegensatz dazu beginnt entkoffeinierter Kaffee als normaler Kaffee und wird angebaut, verarbeitet und dann in das Land verschifft, in dem der Entkoffeinierungsprozess stattfindet. Es wird dann entkoffeiniert, verpackt und auf den Kontinent verschifft, wo es konsumiert werden soll. Die Entkoffeinierung findet in großem Umfang statt, damit die Skaleneffekte funktionieren und muss oft von einem Kontinent auf einen anderen Kontinent verschifft werden, um entkoffeiniert zu werden und dann auf den Kontinent verschifft werden, der den Kaffee tatsächlich konsumiert. Ein Beispiel ist das Swiss Water Decoff-Verfahren. Beginnen wir mit einem Beispiel für kolumbianischen Arabica-Kaffee. Zunächst wird die Kaffeebohne in Kolumbien angebaut und verarbeitet. Dann wird es von Kolumbien bis nach Vancouver in Kanada verschifft, wo sich die Entkoffeinierungsfabrik Swiss Water Process befindet. Anschließend wird der kolumbianische Kaffee im Swiss Water Process entkoffeiniert und versandfertig verpackt. Schließlich wird der kolumbianische Swiss Water Decoff-A-Kaffee dann auf den Kontinent verschifft, wo er konsumiert und dann geröstet und in das Kaffee geliefert wird, wo er gebrüht und von ihnen, dem Verbraucher, genossen wird. Hier sind also zwei große zusätzliche Kosten zu berücksichtigen, die zusätzlichen internationalen Versandkosten und der Entkoffeinierungsprozess, der komplex und teuer in der Herstellung ist. Da entkoffeinierter Kaffee teuer in der Herstellung ist, verwenden Röster und Kaffees leider oft billigere Qualitäten, die rohen Rohkaffee von geringerer Qualität und billigere Entkoffeinierungsverfahren verwenden. Das Ergebnis sind oft schlecht schmeckende entkoffeinierte Kaffees. Guter entkoffeinierter Kaffee ist teurer in der Herstellung. Wenn Sie also entkoffeinierten Kaffee von guter Qualität trinken möchten, müssen Sie bereit sein, mehr dafür zu bezahlen. Hier bei decadentdecaf.com empfehlen wir den Swiss Water Process zur Entkoffeinierung, der Wasser ohne Chemikalien zur Entkoffeinierung der Kaffeebohnen verwendet und zu 99,9% Koffein frei ist. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.decadentdecaf.com oder besuchen Sie unseren YouTube-Kanal für weitere Videos zu den Themen Entkoffeinierter Kaffee, Koffein und Kaffee.